Hallöchen Leute, hier ist wieder euer Mensch Biber und willkommen zu einer weiteren Episode. Biber macht ein Paket, auch wundert sich was drin ist und freut sich dann über den Inhalt. Und heute haben wir hier als Testsubjekt unseren Loot-Chest aus dem April und dann wollen wir mal schnell nachgucken, was da so alles drin ist. Ne? Das ist eigentlich im Titel erwähnt, was ich hier dran mache, in diesem Format. Hätte ich mal gesparen können. Ich könnte eigentlich den Titel als Anmoderation benutzen. Nun denn, hier haben wir den Inhalt und wie immer, ich glaube ihr kennt das alles, das Heft legen wir zur Seite. Und das gucken wir uns zuletzt an. Hier oben haben wir dann also erst einmal ein T-Shirt und darüber freue ich mich natürlich auch immer. Das ist schon offen. Wer hatte das schon an? Ich weiß es nicht. Aber gucken wir uns das mal schnell an. So, es wird mal wieder so ein schönes Rätselspiel, weil ich ja absolut keine Ahnung habe, von welchem Franchise das ist. So, vielleicht mal zur Seite packen. So, ihr habt den ersten Blick, ich gucke da jetzt rauf und... Nein, ich glaube es ist Bioshock. Ich bin mir nicht sicher. Absolut nicht. Ich habe halt absolut keine Ahnung, wer oder was das ist. Ich habe nur einmal so einen Bioshock 2 Trailer gesehen. Ich weiß es auch nicht. Aber da war auf jeden Fall so ein ähnliches Feed zu sehen. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Ankerkopf, weil da irgendwas mit Meeresboden war. Was weiß ich. Auf jeden Fall weiß ich, dass hier unten Slave steht. Und außen sind hier jede Menge Augen zu sehen. Und ich habe mal irgendwo gelesen, dass wenn man irgendwo zum Beispiel ein Poster hinhängt, wo Augen drauf sind, dann fühlt sich derjenige, der am Poster vorbeigeht, beobachtet. Und dadurch kann man Kriminalität richtig stark runterstufen, weil wenn man sich beobachtet fühlt, klaut man nix. Und deswegen gehe ich damit immer so rum. Klaut mir keiner was. Und deswegen lege ich das hier vorne hin als Tischdecke und dann klaut mir keiner mein Loot. Was das angeht, hier haben wir noch was. Ich mache mal so dieses... Das ist meine Lieblingsgeste irgendwie. Und ihr habt ja eventuell mal von diesem Videospiel World of Warcraft gehört. Ist ganz unbekannt eigentlich. Und dazu gab es jetzt auch einen Film. Einen Kinofilm. Und der soll gar nicht so gut gewesen sein. Ich habe den Film selbst zwar nie gesehen, aber ich gucke mir sehr gerne Reviews an. Einfach nur, weil ich mich dafür ein bisschen interessiere. Und seitdem sitze ich immer so beim Film. Ich bin so ein Typ, der redet beim Film. Und jetzt, wo ich weiß, was einen guten Film ausmacht und was nicht, sitze ich so... Der Dialog ist schlecht. Die drei Akte sind nicht gut eingehalten. Goldner Schnitt verkackt. Ich bin nicht der Beste zum Filme gucken. Ladet mich niemals ins Kino ein. Aber dafür können wir jetzt hier unseren eigenen Kinofilm machen. Denn wir haben Figuren von Lothar und in diesem total bekannten Charakter Garona. Meine Lieblinge. Und was auch cool ist, hier steht Wirweth. Wir haben einmal die blaue Seite und die rote Seite. Und da steht Wirweth. Das heißt, die müssen gegeneinander kämpfen. Und wir können die Figuren hier raussehen und da gegeneinander kämpfen lassen auf Leben und Tod. Und das ist für Sechsjährige geeignet. Ja. Auf jeden Fall sind die anscheinend recht detailgetreu. Und man kann ja auch Arme und Beine schön bewegen. Ne, nur die Arme. Aber man kann den Torso hier verdrehen. Hm. Das sieht auch sehr gesund aus. Ich würde zum Doktor gehen. Genauso mit diesem Loch im Schuh. Denn damit kann man ihn hier auf diese kleinen Plattformen stellen. Also die sind auch für Sammler geeignet. Aber wäre jetzt... Keine Ahnung. Das könnte auch McDonald's Spielzeug sein. Für kleine Kinder oder so. Hm. Wie man es nimmt. Hier zeige ich nochmal die hier. Und wäre das hier ein Blaster Review, würde ich sagen... Oh, das ist ein schönes Silber. Das Silber gefällt mir. Und schon beim Thema Film. Ich habe gestern Guardians of the Galaxy gesehen. Ich muss mal mit dem TH-Sound aufpassen. Dann macht ihr mal so ein bisschen Tam-Tam. Ähm. Und da habe ich eben auch gesehen, dass es so eine kleine Spielkassette gab. Und naja, die ist jetzt hier drin. Als Blechdose. Das ist eine richtig geile Sache. Ist ja auch nochmal schön das Marvel-Logo drauf. Damit wir auch nicht vergessen, von wem das lizenziert wurde. Ich mochte den Film eigentlich. Ich bin natürlich jetzt irgendwie Filmkritiker. Aber was dazu passt. Das ist hier diese Cine-Star-Card. Und das ist... Moment mal nachgucken. Ähm. Ja. Eine vergünstigte Eintrittskarte für 6,50 Euro in einem 2D-Kino. Deiner Wahl. Laufendes Kinoprogramm. Blablabla. Also. Wo ich schon sagte, dass ich ein echt schlechter Typ fürs Kino bin. Weil ich ständig in den Filmen labere. Versaue ich jetzt anderen in das Filmerlebnis. Und die Innenseite hat auf jeden Fall so eine Art Samtoptik. Ist allerdings nur Plastik. Und das kann man auch rausnehmen. Weil, naja. Wenn die Karte weg ist, kann man die Dose auch noch für was anderes benutzen. Wie zum Beispiel für seine Kassettensammlung. Das wäre auch eine geile Sache. Ich habe leider keine mehr. Ich hatte früher einen Kassettenrekorder. Aber inzwischen leider nicht mehr. Habe ich noch Pittiplatsch und sowas gehört. Kennt ihr überhaupt noch einer Pittiplatsch? Das ist... Pittiplatsch. Das war immer so eine geile Sache. Das war ja das Sandmännchen. Und dann gab es da immer diese Pittiplatsch-Folgen. Mit dem Kobold Pittiplatsch und Moppy. Und da gab es noch mal diesen Fuchs und Schnatterinchen. Das war so eine richtig geile Serie. Da hat man noch was gelernt. Und ich meine Pittiplatsch. So würde ich meine einzige Tochter nennen. So ein geiler Name ist das. Und die andere heißt Ignaz. Und hier in unserer Box befindet sich noch ein weiteres T-Shirt. Warum haben wir noch ein weiteres T-Shirt drin? Haben wir doch sonst nicht. Naja, hier haben wir noch eins drin. Mal aufmachen. Das Ratespiel beginnt von vorne. Aus welchem Franchise, welches ich nicht kenne, kommt denn das hier? Street Judge. Könnte Judge Dredd sein. Aber es ist auch irgendwie nicht... Es sieht auf jeden Fall cool aus. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Es sieht cool aus. Und später gucken wir dann im Heftchen nach, was das so alles ist. Und inzwischen die ganzen Fanboys. Das ist von dem und dem. Es tut mir leid. Ich kenne auch nicht alles. Dafür kenne ich mich super extrem aus mit Legend of Zelda. Haben wir was von Legend of Zelda drin? Nein. Aber dafür haben wir noch ein Comic-Heft. Das lese ich auch immer so gerne durch. Und zwar von DC. Es gibt ja immer Marvel und es gibt DC. DC finde ich geil und scheiße zugleich. Superman ist ein richtig beschissener Superheld, weil er alles kann. Und Batman ist halt wirklich, wirklich ein cooler Charakter, weil er keine Superkräfte hat und trotzdem Leute umbringt. Also nicht, dass er umbringt. Batman tötet nicht. Batman verhaftet Bösewichte. Das finde ich an ihm cool. Und dann haben wir hier vier Leseproben. Einmal von Batman Detective Comics. Einmal Superman, Justice League und Suicide Squad. Der Film war nicht so geil. Aber meinetwegen, vielleicht ist die Comicserie besser. Ja, gucken wir mal kurz rein. Und dann haben wir hier schöne, schöne Bilder. Kann man auf jeden Fall vorbeigucken. Ich mag diese Leseproben. Allerdings wird man immer erst angeteasert. Und dann muss man sich das volle Heftchen kaufen. Das ist also ein bisschen problematisch. Aber ich finde es trotzdem cool. Ich mag auf jeden Fall den Zeichenstil. Und vor allem braucht man hier nicht viel lesen. Denn wir haben so viele Bilder. Naja, hier sind meine Co-Autoren. Die werden sich das erstmal ansehen. Und dann werden sie mir später sagen, was sie davon so halten. Sagt mir Bescheid, wenn ihr umblittern wollt, ne? Das kriegen sie irgendwie nicht selbst hin. Und dann haben wir hier etwas, was ich tatsächlich kenne. Haha, jetzt geht es wirklich ab. Und wir haben hier so ein kleines Bildchen von Gryffindor. Haben wir hier nicht mein Haus drin. Ich bin nicht in Gryffindor. Ich habe jetzt, weil ich das letzte Mal gefragt hatte, bei der Luchest Ultimate. Habe ich gefragt, in welches Harry Potter Haus ich rein müsste. Und dann habt ihr alle gesagt, Gryffindor. Ja, das ist die Zuschauer-Edition. Ich war bei Pottermore und die haben mir gesagt, ich gehöre nach Ravenclaw. Aber gut, das kann ich mir jetzt auch aufhängen. Das ist ja irgendwie so ein Stück Pappe oder Plastik. Es lässt sich auf jeden Fall dehnen. Und dann haben wir hier den Namen Gryffindor mit dem Löwen drauf. Gryffindor steht für Stolz und Stärke und sowas. Das ist eine schöne Sache. Aber Ravenclaw finde ich dann doch irgendwie ein bisschen cooler. Könnte eventuell auch nur daran liegen, dass Blau meine Lieblingsfarbe ist. Aber man weiß es nicht. Naja, Weisheit ist eben immer so eine richtig geile Sache. Ich persönlich kann auch nicht verstehen, warum Leute sich so aufregen. Oh, ich bin ein Hufflepuff. Hufflepuff, das sind richtig gute Freunde. Und die haben verarbeitet. Keine Scheu. Also Hufflepuff ist eigentlich auch ganz gut. Und was haben wir dann hier noch drin? Wir haben mal wieder unsere Süßigkeit drin. Und das ist auch das letzte, was wir hier haben. Das ist so ein Topfruits-Candy-Sherbie. Keine Ahnung. Ist hier auf jeden Fall so eine kleine Box. Und das soll anscheinend eine Orange darstellen. Mal aufmachen, gucken, was da drin ist. Oh, es scheint ein Pulver zu sein. Oh, ein mysteriöses weißes Pulver. Das gefällt mir. Also, wenn das hier so eine K.O.-Droge ist, dann haben wir gleich echt Probleme. Habt ihr auf jeden Fall was zu lachen? Dann würde ich mal sagen, ähm... Probieren. Hm. Es mag eine K.O.-Droge sein. Aber sie schmeckt auf jeden Fall. Kennt ihr das, wenn man Glasflaschen anfasst oder so, keine Ahnung, zum Wegbringen. Und dann kleben die Hände so ein klitzekleines bisschen. Es ist nicht doll, aber wenn man die Hände zumacht, dann kleben wir immer ein bisschen beim Aufmachen. Das ist so nervig. Ich könnte dann jedes Mal sofort ausrasten. Aber gut, beruhigen wir uns und gucken uns nochmal das hier an. Und dann erfahren wir endlich, was dieses komische T-Shirt ist und zu was das gehört. Und natürlich auch noch die Preise, aber das ist so ein bisschen nebensächlich. Ich muss ja gucken, worauf ich nicht gekommen bin. Okay. Es ist tatsächlich von Judge Dredd. Ha! Hab ich doch was richtig gemacht. Der gute alte Sylvester Stallone-Streifen. Ja, sehr schön. Haben wir den tatsächlich. Den gab es für 15 Euro. Und dann haben wir noch die Warcraft-Sammelfiguren. Da gab es noch verschiedene Versionen von zum Beispiel Ritter und einem Ork. Aber hier haben wir eben diese Hauptcharaktere. Und die gab es für 13 Euro. Hm. Dafür kriegt man einen richtigen Nerf. Und das ist natürlich noch ein bisschen... Einen richtigen Nerf ist besser als die kleine Wurmel, die er da hat. Nur Tipp. Kann man mal investieren. Dann dieses Gryffindor. Das ist ein Forex-Frey-Bild. Es ist ein Bild von Gryffindor. Und es gab hier irgendwie keine Alternativen. Man kann nicht irgendwie noch ein anderes Bild bekommen. Es gibt nur dieses eine. Das gibt es dann für 21,90 Euro. Mal sehen, was dazu steht. Hogwarts ist dein zweites Zuhause und in dir schlägt das Herz eines echten Gryffindors. Dann gehört definitiv dieses tolle Motiv an deine Wand. Die Künstler von Golden Planet Prince haben aber nicht bloß die Wappen der vier Hogwarts-Häuber gestaltet, sondern auch jede Menge anderer cooler Fanart. Fanart. Steht da nicht Fanarts. Hm. Grammatik. Guardians of the Galaxy Filmdose und Gutschein. Mit dieser Dose bist du perfekt auf den neuen Film vorbereitet. Yippie. 9,95 Euro hat das gekostet. Und die Eintrittskarte wird ermäßigt für 6,50 Euro. Das ist keine gute Investition, habe ich das Gefühl. Also ich finde schon schön, dass wir zwei T-Shirts haben. Damit lohnt sich der Preis schon. Denn insgesamt sind das ja 30 Euro zusammen. Und so viel hat die Dose nicht gekostet. Aber die Badpreise, die hier stehen, sind ein bisschen überzogen, habe ich das Gefühl. Für so ein Ding würde ich nicht 21,99 Euro zahlen. Ich habe den Preis noch im Kopf. Da seht ihr, was ich mir merken kann. Ich kann mir nicht merken, wie man was in Mathe ausrechnet, aber das. Okay, dann haben wir DC Rebirth Comic. Seid ihr inzwischen fertig? Faul wie die Sünde. Ich mag sie. Okay, das gab es für Gratis. Das ist eine Erleichterung. Gratis. Außerdem die Brause Früchte Candy. Da gibt es noch andere Versionen. Da gibt es Banane und was auch immer das ist. Da gibt es Weintraube. Seht einfach mal hier diese ganzen Früchte. Die gab es auf jeden Fall. Und Orange ist eigentlich eine richtig geile Sache. Orange ist gut. Orange gefällt mir. Sauer. So, und heute klopfe ich mir sehr entschieden auf den Rücken. Denn das T-Shirt ist von Bioshock. Bing, bing. Das ist irgendwie das Plus-Item. Auch das gab es für 15 Euro. Habe ich heute bei den T-Shirts zweimal richtig geraten. Ich glaube, das ist ein neuer Rekord. Besteht leider nicht, wie dieser Typ heißt. Ich nenne ihn also weiter Ankerkopf. Aber dass da unten Slave steht, das hat einen Sinn. Denn das Motto ist nämlich irgendwie A man chooses a slave obeys. Ein Mann kann wählen. Und eine Sklave muss gehorchen. Also, das hat irgendwie was damit zu tun. Das ist irgendwie das Hauptthema. Die Selbstbestimmung und sowas. Das Schicksal. Oh Mann, diese hochtrabenden Themen. Das interessiert mich auf jeden Fall nicht ganz so sehr. Mich interessiert eher, hat es durch den Gefallen. Mir hat auf jeden Fall die Box gefallen. Und auch das Machen des Videos. Ist irgendwie lustig. Ich werde mir das noch ein bisschen einverleiben. Und dann, keine Ahnung, tue ich Dinge. Ich werde das wahrscheinlich irgendwo aufhängen oder hinstellen. Vor allem muss ich mir noch aussuchen, welchen Film ich für andere ruinieren möchte. Also, ich kann mir hier irgendeinen Film aussuchen, der gerade im Kino läuft. Und vielleicht läuft noch Fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind. Muss ich mal gucken. Die will ich unbedingt noch sehen. Und falls nicht, werde ich euch dann eventuell noch mal wissen lassen, welchen ich mir angucke. Mal sehen. Es wird auf jeden Fall lustig. Mit Ausnahme von den Typen, die neben mir sitzen. Die haben dann natürlich die Arschkarte. Aber ich würde sagen, das wäre es auch zu diesem Video gewesen. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Denn da gibt es mal wieder irgendwas zum Aufmachen. Bis dann. Macht's wie ich und beißt euch durch. Euer Magic Biber. Ciao.